Nach der pandemiebedingten Zwangspause kann endlich wieder der Gansionsball am 28. Jänner stattfinden. In gewohnter Manier möchten die Bediensteten der Monte Cuccoli-Kaserne eine unvergessliche Ballnacht veranstalten. Nach einer Öffnungspolognese werden die Tanzkombo Iels, die OTCs und die Halodris für Stimmung auf der Tanzfläche sorgen. DJ Christian Gerd Laudenbach wird das Partizelt Almrausch zum Beben bringen. Karten können telefonisch unter 0664 622 7055 oder per E-Mail über garnisionsballen.gmx.at erworben werden. Auf euer Kommen freut sich der Sägerbataillon 19.